Die Bäume sehen man schon immer so viele Leute. Wo ist das denn? Und der landet auch noch auf den Rädern. Wer hat den da hingemappt? Und da rein. Die Wegzeit. Meint ihr jetzt hier die Links von uns? Ja jetzt Links, ja. Oh du hast mich erschrocken. Alter was ist denn los mit dir? Ich habe nicht gesehen, dass du hier drin bist. Das COH Dream Team da hinten. Alter ich habe einen Herzinfarkt bekommen, man. Ich mache Shadowplay, ich habe so einen Herzinfarkt. Ich habe so einen Herzinfarkt bekommen. Da sollten wir gleich mal gucken. Oh, ne mit mir hat es geschafft einer. Oh Gott, das ist ein Russ. Oh, da kommt er. Digga, digga, digga. Du bist ja da reingeraten, ne? Wir kommen ja auch nicht anders raus, ne? Wir müssen da runter. Nein, nein, die wissen, dass du da reingerannt bist. Vielleicht wollen sie an dir vorbei rennen und dann kriegen sie meine Pumpe in den Rücken. Ist der da noch? Weiß es nicht. Warte mal, ich fasse mal zu, zu. Der kommt. Tot. Der war auf jeden Fall gedownt. Der hat dann noch andere. Waren bestimmt zwei, der hat ja mit seinem Kumpano geredet. Echt? Warum habe ich das nicht gehört? Die haben doch Russisch gesprochen da unten. Er läuft einfach durch die E und redet Russisch, ey. Ich könnte einfach mal rüber laufen. Warte mal, warte mal. Ich drücke M. Nein, wir haben ihn doch umzingelt. Wenn er mich killt, kannst du rausrennen. Warte, warte, warte. Ich laufe hier in Querbewegung. Einmal auf den anderen Raum. Wenn er jetzt noch schießt, ist er ein Treppenhaus, okay? Ja, ja. Ich sehe doch ein Treppenhaus von oben. Da habe ich den einen ja gekillt. Okay, da hat nichts geschossen. Ist doch der Level 2 wärst du bei mir oben? Ich habe einen. Ich höre ein Auto kommen. Warum? Leg ihn um. Ich habe ihn. Down. Sofort gestorben. Dann hol dich, hol mich, hol mich. Ich bin gleich tot. Paddy. Ist ja nicht gestorben, Alter. Versuch dich hoch zu bandagieren, wenn du kannst. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt mächtig geschossen. Ja, kurz genug Zeit. Wir haben jetzt mächtig geschossen.